Meine Damen und Herren, endlich geht es weiter hier mit WTFKRF Der Kassi ist überhaupt nicht nervös Ich will nen Soulstone Du hast bereit sein Oh warte mal, das ist gar nicht mein Soulstone, das ist ein gesundheitsstand Ich fang an und gleich schädig zu haut 5 4 Geht es richtig los oder ist schon losgegangen? Es ist schon losgegangen Oh lol Gerade mit der Begrüßung, ich hab gerade, was weiß ich nicht Geht schon wieder so gut aus Das ist der awkwardeste Start ever Ja, aber das sind die Leute von uns mittlerweile doch gewohnt Das stimmt ja, wir haben übrigens Stress da drin zum Upgame, hast du dich schon abgegeben? Nein, Moment ey, wir sind doch noch gar nicht so weit Wir haben mittlerweile schon unsere Leisten wieder konfiguriert Weil wir ja jetzt schon wegen Wieder ein Addon später da sind Moment Vorher muss ich was machen Vorher muss ich was machen Ok Und zwar Meine Damen und Herren, mit Legion ist nicht nur die neue Klasse Demon Hunter hinzugefügt worden Sondern auch ein, äh Wie heißt denn das, äh Ding jetzt Addon, äh, Illidan, Guldan, äh Nein Käsehogel Ich sag grad nur random Wörter Äh PvP System World Quests Äh Stufe 110 Äh Coole neue Raids Ich glaub ich bring dich nur mehr raus, oder? Ja Jetzt weiß es Es kam ab Ein neues Feature Und zwar das Transmogri... 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 Fikationssystem Halt das jetzt richtig ausgesprochen? Transmogri... Fikationssystem Alter, ich kann meine Brille transformen Äh Im Prinzip kann man jetzt, äh Wie üblich zu einem Transmogrifizierer gehen Früher musste man dieses Item, äh Auf der Bank haben, beziehungsweise im Inventar Heute wird das Abgespeichert Jegliche Questbelohnungen werden automatisch dahin zugefügt Und jetzt kann man einfach Gemütlich Ohne viel zu machen Sich cool aussehen lassen Ohne viel zu machen, genau Sich cool aussehen lassen So, ich will hier Dadurch dass wir Ich glaub so hab ich zu, zu Burning Crusade ausgesehen Oder? Ich glaub so lass ich mich mal Irgendwie Ich mein, es passt zwar farblich überhaupt nicht zusammen, aber Die Brille ist cool Ich werd jetzt ganz cool aussehen Man, ich hab ganz vergessen, wie cool ich eigentlich aussehe Mit den coolen weißen Haaren Als Mensch Mann Ich sollte ja mein Mensch spielen Bist du gerade am Transmogen? Ja Okay Ah, die Äh, natürlich muss man auch die Voraussetzungen Erfüllen Ich kann jetzt zum Beispiel so als nur 70er Sachen Äh, anlegen Die 80er Sachen von Wester of the Lich King noch nicht, aber Ja, irgendwie hab ich noch kein cooles Zeug Ich spiel auch nie Stoffträger Stoffträger sind so schwach Äh, letztlich Du willst dich mit dem großen Feierfürstens Schwester anlegen? Ach, Feierfürst kann ich noch Oh mein Gott alter, wie siehst du aus? Das ist das T6 Vom Nagier Okay, sag mal ganz im Ernst Vom Cool Heizwert Hab doch ich gewonnen mit der Sonnenbrille, oder? Ja, die kann ich auch ausrüsten Aber ich seh aus wie ein richtiger Nagier Ich seh aus wie so ein Ich entspreche in etwa dem Damage Wert Von meinem Equipment Wow Ja, so ungefähr, ne? Ähm, so Okay Sollen wir die Quest abgeben, oder? Sollen wir gleich voll durchstarten Oder sollen wir noch erklären, was jetzt eigentlich so Okay Das werden die Leute schon selber feststellen, glaub ich Okay Das stimmt irgendwie Neue, neue Expansion Nein, du bist schneller als ich Verdammt Und dein Wichtel greift mich nicht an Dein Wichtel greift Ja, nice Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Dein Wichtel hat mich nicht angegriffen, Mann Cool Krieg ich Damage? Ich kann nix machen, Mann Aua Ich hab einiges durchgekommen Alter Schling dich nicht mit meinem Magier Ja Ich hab auch Zeitkommung Ich hab alles genutzt, was ich im Petto hatte Um mal ehrlich zu sein, das war jetzt nur dein Transmock Ansonsten hätte ich dich schon besiegt Hihihi Find ich cool, dass dein Wichtel mich nicht angegriffen hatte Dafür kann ich unter Wasser Bitch please, dafür hab ich das hier, ich bin erstmal weg Bye bye Ich bin doch im Feuer Oh, echt jetzt? Wir müssen noch Fest abgeben Ich weiß Okay Ich würd' ich mit diesem blöden Hexenweißer da sagen Du bist jetzt alleine Ohne mich Ohne die Ingame-Stand sind noch ein bisschen laut Warte mal ganz kurz Schnell runterdrehen Ja Erstmal Erstmal vorhin die Dungeon anmelden Okay Geht doch viel schneller Und wir haben die Dungeons kaum gezeigt Glaub ich, oder? Jo Ich weiß nicht genau Ich glaub wir haben jede Instanz einmal gezeigt Oder sowas Sollen wir derweil irgendwo hinlaufen Und irgendwelche... Oh ich kann ja fliegen Alter, ganz ungewohnt Ja, du kannst fliegen Sollen wir in der Zwischenzeit irgendwie das ist Exercise in Diplomacy oder sowas machen? Da oben, im Norden? Hey, wenn wir jetzt noch runtergeflogen haben Wir können natürlich auch fliegen Gut, fliegen wir hoch Ja, ansonsten wie wir das erklärt haben Oh ja Das Lustige ist Ich hab dir ja gesagt Ich hab das WoW Together von Anfang an wieder geguckt Ich bin gerade bei Folge 30 oder so Und es gab einen Moment, wo wir gesagt haben Dass... Dass... Ähm... Ähm... Wie war das Original ausgedrückt? Nicht das... Nicht das... Ich weiß auch nicht genau, was du meinst Ich hoff... Ich mein das gleiche wie du Wo ich so gesagt hab Bis wir da fertig sind Dauerts eh noch 3 Expansions oder so Genau Irgend so was Und dadurch... Äh... Genau Äh... Genau das war so Und äh... Dadurch, dass wir jetzt sind wir Dadurch, dass wir zu Waste of the Lich King Beziehungsweise zu Cataclysm angefangen hatten Äh... Sind wir jetzt in genau diesem Zeitraum Also müssen wir das mal mit Legion fertig stellen Ohja... Sonst hätte ich ja Lügen erzählt Und ich will nicht zu einem Lüger gemacht werden Ja... Ja... Das wäre ja katastrophal Hau rein! Jo... Vor allen Dingen weil du... Äh... Also... Leveln! XP! Mach mal Schaden! Ich... Du machst eh genug Alter Schwede mach ich den... Alter ich zuschotte den Typen Wieso dotte ich denn überhaupt? Alter das wird ja... Das wird ne Katastrophal Das wird ne Katastrophal Zum Glück spiel ich nicht Affliction Kann ich denn... Alter... Okay... Ich mach zu viel Damage Wir können einen richtig krassen Massenpull auslösen Okay cool Dann... Let's go Massenpull 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 Irgendwie hab ich so das Gefühl das Leveln wird ziemlich schnell hier Alter Schwede Ich wünsche halt einfach alles Ja... Und da wurde äh... Wurde gesagt ne... Wir würden das Leben schwerer machen Haben sie das gesagt? Ja... Aber ich glaub das bezog sich nur auf die 1 bis 60er Oh... Okay... Bist du das? Ja das bist du Ich wär kein Loops hier eigentlich Ich glaub mittlerweile levelt keine Sau mal Jeder gibt... Wir hätten 50... Alter das wär ein gutes Let's Play gewesen Wo wir so auf das 50 Euro ausgeben für Charakterboost draufklicken Dann sind wir Level 100 Dann müssen wir nur noch auf... auf Level 110 leveln Eigentlich... Viel einfacher gewesen Wie die Profis ne? Ja... Oh man Dann hätten wir so einen coolen... Äh... Videotitel Innerhalb von... Einer Sekunde auf Level 100 Oh mein Gott Ja... Diesen Trick kennen nur die Besten Scheiße ich kann ein Todesrat Das kriegst du ja gar nicht verwenden bei das Jahr Nein Äh... Äh... Weißt du was wir machen müssen? Wolf... Wolf... Bane... Root... Äh... Ne Was müssen wir einsammeln oder sowas oder? Wack welches Mal... Nehm ich denn jetzt... Eigentlich würde ich... äh... 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 Eigentlich benutze ich mit meinem Magier... äh... das Todesrad... äh... 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 Dingens von... Garrosh... Dieses Motorrad... Weil das total cool ist so als Magier mit einem äh... technischen Gerät rumzulaufen Aber dann flieg ich halt mit nem Heli Weißt du... und? Oh man... Fängt schon wieder mit der Wounds an Ich hab übrigens das coolste Wound ich hab dafür... Kein Geld ausgegeben Ich hab's... Für 20 Euro ich hab's geschenkt bekommen Ah... Den ich 5 Sekunden lang zugesehen hab und bei einem Gewinnspiel zuge... oh Gott Jetzt meint wieder jeder ich bin voll der... voll der... Pisser Jaaa... Aber... Das war ziemlich glücklich Sonst hab ich nie Glück Vor allem wenn so ein Luke geht Und um Damage Und um Tode Was müssen wir denn nicht bauen? Übrigens wir müssen hier noch Sachen aufsammeln Ne? Irgendwie Sachen aufsammeln? Ja genau Hast du dich gesehen? Das zählt für mich mit Das zählt für mich mit Oh wirklich? Ah klar Okay Dann mach ich hier wieder mal die Arbeit Auch Die Arbeit sagt er Ich hab noch nicht ganz herausgefunden wie Hexenmeister die Seelensteine herstellen Ähm... Du klickst drauf Ähm... Du klickst drauf So stellst du dir an Hä? Du klickst drauf Du stellst... So stellst du dir an Okay Moment Jungen Fähigkeiten Ich glaub ich hab so eine passive Fähigkeit die die herstellt vermutlich Ich hab schon lange nicht mehr Allianz da gespielt ey Holy Körper Ja Ich eigentlich nur mit dir Sonst eigentlich nie Jaaa Und seit Warlords of Trainer sind wir Alohortler Jep Zur Ehren der Wanshee Königin Was brauch ich denn hier für eine Quest-Belder? Das nicht Ich nehm einfach irgendwas Ich glaub die werden wir sowieso bald mal wieder ersetzen oder? Spätestens mit Kletterklässern Wow Yay Dann sind wir aus Nordrhein draus Oh cool wir sind 3 DDs Raucht ihr etwas? Moment Momentan in der Watt Momentan in der Watt Glaubst du eigentlich um die... Erstens um die Uhrzeit und zweitens auf dem Level Spielen noch Leute? Wir sind in WoW Natürlich spielen noch Leute Okay ich den vermute ich kommen wir dann... Oh Gerade wo er es gesagt hat Hab ich ja gesagt